Analsex ist tatsächlich eines der häufigsten Sexualpraktiken, auch wenn es darüber nicht offen gesprochen wird. Laut Pornhub steigen die Suchanfragen weltweit um 78 Prozent zwischen 2009 und 2015, in USA alleine und in Westeuropa um 120 Prozent. Laut CDC haben ungefähr 36 Prozent der Frauen und 42 Prozent der amerikanischen Männer Erfahrung mit Analsex. In den 90ern waren das 25 Prozent der Männer und ca. 20 Prozent der Frauen. Also es ist ein signifikanter Anstieg. Mein Name ist Eduard Karsten, ich bin Chirurg und Proktologe und heute rede ich über das Thema Verursacht Analsex Langzeitschäden. Es ist tatsächlich so, dass ich in meiner Praxis sehr oft danach gefragt werde. Manchmal kommt die Frage etwas, das versteckt oder durch die Blume, aber diese Frage taucht immer wieder auf. Diese Frage ist natürlich nicht einfach zu beantworten und in meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es eigentlich ganz, ganz wenig wissenschaftliche Daten dazu gibt. Es gibt eine Menge von Publikationen und von guten wissenschaftlichen Daten, die besagen, dass Analverkehr ein Risikofaktor für sexuell übertragbare Erkrankungen darstellt, auch sehr ernstzunehmendes Risikofaktor. Hierzu wird ein Video von mir in Kürze erscheinen. Wenn Sie unten die Glocke aktivieren, dann werden Sie dieses Video auch nicht verpassen. Aber jetzt reden wir über tatsächliche Langzeitschäden. Also eines der ersten Befürchtungen oder der häufigsten Befürchtungen ist die Frage nach Inkontinenz. Es gibt tatsächlich ganz, ganz wenig Studien. In den 90ern wurden zwei Studien publiziert. Es wurden tatsächlich kleine Gruppen von Männern untersucht, also eine kleine Gruppe von homosexuellen Männern, die Erfahrung mit Analverkehr hatten und heterosexuellen Männern, die angegeben haben, keinerlei Erfahrung damit zu haben. Und man hat bei ihnen die anale Funktion überprüft. Was kam dabei raus? Es kam tatsächlich raus, dass der Ruhedruck des Schließmuskels bei den Analverkehr erfahrenen Personen etwas niedriger war als bei den Personen, die noch nie Erfahrung damit hatten. Das war's. Es gab auch keine Korrelation und keinen Zusammenhang mit Inkontinenz. Einige Autoren haben auch eine Meinung oder geäußert, dass es wahrscheinlich daran liegt, also dieser erniedrigter Ruhedruck, dass die Menschen, die Erfahrung damit hatten, also mit Analverkehrerfahrung hatten, einfach entspannter sind. Das ist so, weil sie eigentlich da etwas gewohnt sind. Könnte sein, könnte auch nicht sein. 2013 gab es noch eine interessante Studie. Es wurden mehr als 4.000 Personen befragt und untersucht. Und es kam dabei heraus, dass Analverkehrerfahrenen doch etwas häufiger über die Inkontinenz berichten. Zum Beispiel ca. 11% der Männer, das ist Bericht über die Inkontinenz, gegenüber von 6%, die keine Erfahrung mit Analsex haben. Bei Frauen ist das ungefähr ähnlich, also 10% gegenüber von 6%. Was sagt das aus? Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass regelmäßiger Analverkehr Inkontinenz verursachen kann oder begünstigen kann. Auf der anderen Seite, wenn man die Daten betrachtet, Großteil der Analsexerfahrung haben keinerlei Probleme mit Inkontinenz. Also letztendlich, wir wissen es nicht. In meiner Praxis wird auch noch häufig gefragt, ob Analverkehr Prolaps, ein Vorfall, Mastarmvorfall oder Analkanalvorfall verursachen kann. Es ist schwierig zu beantworten. Also das ist tatsächlich so, es gibt hierzu keinerlei Daten, keine Untersuchung. Es gab eine einzige Untersuchung oder eine Publikation, die in Indien publiziert wurde, Rectal Prolaps Due to Analverkehrs. Sodomy mit 6 Ausrufezeichen. Man zweifelt etwas an der Seriosität dieser Studie. Wir können es nicht hundertprozentig sagen. Die dritte Frage, die häufig aufkommt, sind die Verletzungen. Es ist tatsächlich so, dass Analverkehr Verletzungen verursacht. Es ist ähnlich wie bei einem vaginalen Geschlechtsverkehr. Es gibt kleine Mikroverletzungen, die natürlich eine Eintrittspforte für sexuell übertragbare Erkrankungen darstellen. Das muss man natürlich nicht vergessen. Aber die heilen in den meisten Fällen problemlos aus. Eine ernsthafte Verletzung, die auch Behandlung benötigt, ist tatsächlich nicht auf eine herkömmliche analis-soxuelle Praktik zurückzuführen, sondern ist eher auf das Einführen von größeren Gegenständen oder vielleicht Einführen von der Hand oder von der Faust. Also da kommt das eher zu massiven Verletzungen. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung als Proktologe, nur auch als Chirurg in den Kliniken. Also alle Patienten, die wir da behandelt haben, haben sich irgendwas eingeführt. Nicole Prowse, eine sehr bekannte Psychologin, Sexualtherapeutin in den USA, sagte in einem Interview, dass die analen, die herkömmlichen analen sexuellen Praktiken in seltensten Fällen ernsthafte Verletzungen verursachen. Wir wissen aus der Forschung, also besonders aus der Forschung von Geburtstraumen, dass die Kraft und die Schnelligkeit, das sind die wichtigen Faktoren, die zu einer Verletzung führen können. Also deswegen, wenn die Menschen so etwas praktizieren, egal in welcher Form, man soll das immer im Hinterkopf behalten, dass man es nicht kräftig, also dass man Kraft und Geschwindigkeit mit diesen zwei Faktoren aufpassen sollte. Genau das gleiche, als berichten einige Porno darstellen, dass bei diesen extremen Sexualpraktiken, die häufig in den Videos gezeigt werden, sehr viele auch sehr starke Schmerzmittel nehmen müssen, um das wirklich aushalten zu können. Was heißt das für uns? Also Analsex ist tatsächlich eines der häufigsten Sexualpraktiken. Das wird ziemlich häufig praktiziert. Es macht in seltenen Fällen ernstzunehmende Verletzungen. Wenn es zu einer Verletzung kommt, dann ist das meistens was anderes im Spiel. Also wenn jemand sich, ja, sich damit beschäftigt, dann muss er natürlich diese zwei Faktoren wie Kraft und Geschwindigkeit im Kopf behalten. Und wenn Sie tatsächlich eine Verletzung aufgrund einer sexuellen Handlungen haben, dann müssen Sie unbedingt zum Arzt, am besten zu einem Spezialisten, zu einem Proktologen oder einer Proktologin und sagen Sie es bitte offen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, gerne einen Kommentar schreiben oder mich persönlich, ja, über unsere Homepage anschreiben oder Sie können können mich in meiner Praxis besuchen. Ihr Dr. Eduard Karsten.